Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zum Ideas Aktiencheck der Societe General. Mein Name ist Bastian Galuschka und es ist Montag, der 4. November 2024, 9.52 Uhr. Wie immer an dieser Stelle wollen wir uns zwei Aktien unter charttechnischen Aspekten näher ansehen. Zunächst aber zwei rechtliche Hinweise. Dieses Video stellt keine Anlageberatung dar und dient nur Informationszwecken. Außerdem spiegelt das Video nur meine Sichtweise wider, nicht die der Societe General. Wir schauen heute auf zwei Schwergewichte aus dem deutschen Leitindex. Das ist zum einen SAP und zum anderen die Aktie von Siemens. SAP, man sieht es hier deutlich im Wochenchart ein absoluter Outperformer gewesen. Seit dem Tief im Jahr 2022 hat sich die Aktie mehr als verdoppelt und gerade auch in den letzten Wochen noch einmal Gas gegeben. Sie werden es wahrscheinlich gelesen haben, die deutsche Börse musste sogar dann die Kappung vornehmen, denn die Gewichtung der Aktie lag zwischenzeitlich über 15% bzw. wäre über 15% angestiegen. Da greifen dann die Regeln im DAX und dann muss das angepasst werden. Wenn man sich den Wochenchart anschaut, ist natürlich klar ein vorherrschender Aufwärtstrend. Doch auch in Aufwärtstrends gibt es natürlich Konsolidierungsphasen. Wir sehen mit der Kerze aus der Vorwoche, dass eine solche Konsolidierungsphase jetzt erstmal wahrscheinlicher wird. Wir haben ja vor zwei Wochen deutlich zugelegt und dann der Marke von 225 € angenähert, aber in der Vorwoche auch wieder deutlich davon entfernt. Angesichts der bereits absolvierten Strecke und einer gewissen Überkaufsituation wäre es nichts Ungewöhnliches, wenn die Aktie sich jetzt eine kleinere Auszeit nehmen würde. Gemessen an den übergeordneten Trends oder Ausbruchsmarken wären selbst Rücksetzer in den Bereich 200 € oder darunter kein Beinbruch. Sie sehen es hier deutlich, also wenn die Aktie jetzt hier beispielsweise in den Bereich von 190 € knapp 190 € korrigieren würde, wäre weder dieses Ausbruchsszenario hier über 184,50 gefährdet. Noch der Aufwärtstrend seit 2022. Auch würden wir uns dann mal wieder dem EMA 50 Woche annähern. Also wäre alles kein Beinbruch. Man muss natürlich auch einen schnellen Bullenkonter immer wieder auf dem Schirm haben, denn die Aktie hat beispielsweise auch in solchen Konstellationen hier dann schnell wieder eine Wochenkerze nachgeschoben, bullischer Natur. Und wenn die Aktie über 224,60 € ansteigen würde, wäre natürlich der Aufwärtstrend bestätigt und somit dann auch das Ganze weiter long zu verfolgen. Kursziele aus dem Dreieck hier oder aus diesem ansteigenden Konstrukt, das werden wir gleich sehen, sind erstmal abgearbeitet worden. Also da ist nichts mehr offen. Da müsste man sich dann aus den neu ausgebildeten Konsolidierungsmustern weitere Ziele holen. Also mein favorisiertes Szenario wäre, dass die Aktie sich jetzt zumindest mal eine kleine Auszeit nimmt, selbst wenn sie nur auf hohem Niveau konsolidiert, mal ein paar Tage, vielleicht auch ein paar Wochen durchschnauft, um dann wieder den Trend fortzusetzen. Das Ganze hier im Tageschart, da sieht man das, was ich schon angesprochen habe, wenn man diese Formation als ansteigendes Dreieck oder Ähnliches sehen möchte, dann kann man natürlich die Höhe dieser Formation nehmen. Und Sie sehen hier, die 161.8er Extension wurde erreicht, ganz gut wahrgenommen. Danach haben wir den 200er Bereich erreicht, also das Ziel aus dem Dreieck, da sind wir auch erstmal eine Weile nicht weitergekommen. Und zuletzt sind wir sogar an der 261.8er Extension angekommen. Wenn man so möchte, ein Bonusziel wäre im Mittel- bis Langfristig dann noch der Bereich um 250 Euro, sollte die Aktie drüber ansteigen, hier über das Allzeithoch. Das wird jetzt aber nichts Kurzfristiges sein. Und auf der Unterseite kann man festhalten, hat ein kleines Gap hier vom 21.10. auf 22.10. erst einmal die Aktie stabilisiert. Die Kurslücke ist geschlossen, also das Ganze bereinigt. Allerdings sind die Muster bislang fragil. Wir haben auch hier oben ein Down-Gap noch, was eventuell geschlossen werden könnte, aber bislang ist nach oben jetzt nicht viel zu sehen. Heißt also, wenn die Aktie weitere Tiefs markiert, könnte sie hier im Bereich dieses kleinen Ausbruchslevels zurückfallen um 208 Euro. Da ist auch der Aufwärtstrend nicht weit entfernt, der EMA 50. Erst darunter dann größere Verkaufssignale mit Kursen, die dann auch mal wieder unter 200 Euro markiert werden könnten. Also das wäre beispielsweise ein Konsolidierungs- bis hin zu Korrekturszenario, was allerdings noch nicht aktiviert ist. Schneller Konter oder eine Seitwärtsphase sollte man auch einkalkulieren. Das könnte dann beispielsweise so ablaufen, dass wir erst mal auf hohem Niveau seitwärts laufen und dann wieder Bewegung aufnehmen. Und die sehr bullische Variante wäre, dass wir direkt jetzt das Gap schließen, nur wenig nachgeben und dann auf neue Hochs ansteigen. Also die Marken sind sehr klar abgesteckt. Das gilt vor allen Dingen darum, hier diesen unteren Bereich zu halten, aus Sicht der Bullen um 208 Euro. Und auf der Oberseite gilt es natürlich dann auch hier das hochschnell rauszunehmen, um dann auch Folgekaufsignale auszulösen. Wenn Sie etwas handeln möchten auf die Aktie von SAP, wie immer hier zwei Derivate für Sie beispielhaft ausgewählt. Mit der WKN SU4LRF ein Turboendlos-Call, Basispreis gleich K.O.-Schwelle bei 144,26,40 der Hebel um die 3. Und das Short-Pondant SJ1L2P Turboendlos-Put, Basispreis gleich K.O.-Schwelle bei www.sg-zertifikate.de. Wir kommen zu den Trading-Aktionen. Der Monat November ist gestartet. Die meisten Aktionen laufen bis Ende des Jahres. Das heißt, ich möchte nochmal auf zwei Aktionen, die man durchaus als Dauerbrenner bezeichnen kann, hinweisen. Partnerschaft mit dem S-Broker. Hier handeln Sie ab einem Ordervolumen von 1000 Euro. Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen der Société Générale gebührenfrei. Und das gilt auch für Konsorsbank-Kunden. Auch hier das Mindestordervolumen von 1000 Euro beachten. Und dann handeln Sie bis Ende des Jahres alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen der Société Générale gebührenfrei. Es gibt natürlich noch viele weitere Aktionen. Schauen Sie gerne auch hier auf der Seite sg-zertifikate.de vorbei. Und nutzen Sie die Aktionen, um Gebühren zu sparen und dadurch auch die Profitabilität mit dem Trading zu verbessern. Wir schauen auf das zweite DAX-Schwergewicht. Das ist die Siemens-Aktie. Und ich muss sagen, die gefällt mir jetzt im direkten Vergleich aktuell etwas besser, weil wir hier nicht jetzt aus einer Überhitzung kommen, sondern aus einer Konsolidierung. Sie sehen das hier. Also die Aktie hält sich schon seit März unterhalb dieser Widerstände auf. Es gab auch mal einen zwischenzeitlichen Auswasch, Anfang August. Und jetzt hat sich die Aktie wieder hier herangerobbt. Und man kann durchaus sagen, wenn die Aktie es schaffen sollte, diese obere Zone aufzubrechen, dann haben wir hier deutliches Potenzial. Es ließe sich beispielsweise hier eine 1 zu 1 Projektion ansetzen. Die Frage, ist der Trend hier zu Ende gegangen, die Aufwärtsbewegung oder hier. Ich nehme jetzt mal dieses hoch. Und dann würde man mittelfristig auf ein Ziel um 218 Euro kommen. Natürlich könnte man auch die Höhe der Korrekturformation abtragen. Aber Sie sehen schon, wenn hier diese Sache aufgeknackt wird, dann ist einiges an Potenzial da. Also großer Unterschied zur SAP-Aktie, die ja gefühlt schon hier oben unterwegs ist. Die Vorwochenkerze ist bullisch zu werden mit dem langen Schatten zur Unterseite hier. Also es könnte jetzt direkt ein Angriff erfolgen. Hängt natürlich auch von der allgemeinen Marktverfassung ab. Als Schwergewicht wird man sich bei bärischem Umfeld kaum der Schwerkraft entziehen können. Ausgangslage aber nach drei, vier Wochen der Konsolidierung für mich spannend. Also man könnte beispielsweise direkt mit einem Stopp unter dem Vorwochentief um 176 Euro auf einen Ausbruchsversuch spekulieren. Oder für diejenigen, denen das zu heiß ist, die warten natürlich erstmal den Ausbruch ab und peilen dann mittelfristig höhere Ziele an. Man kann natürlich auch eine Position splitten, schon mal mit einer Testposition reingehen und dann schauen, wie sich es entwickelt. Unterhalb des Vorwochentiefs würde sich das Ganze dann nochmal zäh ausdehnen. Aller Voraussicht nach dann nochmal ein, zwei Etagen tiefer gehen, vielleicht auch nur seitwärts laufen. Aber dann wäre ein schneller Angriff auf diese Widerstände erstmal kein Thema. Wir schauen uns das im Tageschart an und da wird es deutlich, dass wir jetzt durchgeschnauft haben, den EMA 50 schon erreicht haben, klar bestätigt haben, auch wieder den Rebreak geschafft haben über die Marke von knapp 178 Euro. Also Widerstände hier in Form des Zwischenhofs bei 186, 42 und 188, 88. Darüber wäre dann der Weg frei. Man könnte das auch als impulsiven Anstieg sehen. Jetzt vielleicht die Welle 4 oder sogar noch innerhalb der Welle 3, eine Teilwelle 4. Also das kann sich durchaus jetzt hier direkt weiter nach oben entfalten. Das gefällt mir von der Struktur her ganz gut. Wie gesagt, unterhalb des Vorwochentiefs dann das Ganze nochmal ausgedehnter. Eine gute Unterstützung liegt dann im Bereich 171 Euro, wie Sie hier sehen, mit zahlreichen Auflagepunkten. Das wäre durchaus auch eine spannende antizyklische Marke. Hier wird in Kürze auch der EMA 200 im Tageschart auftreffen. Zwei Derivate auch natürlich für Sie auf die Siemens-Aktie, wenn Sie etwas handeln möchten. SQ3 XSM, ein Turbo-Endlos-Call, Basispreis gleich K.O.-Schwelle bei 121,58. Der Hebel bei 3. Und abschließend noch das Short-Pendant mit der WKN SU0XRL, ein Turbo-Endlos-Put, Basispreis gleich K.O.-Schwelle bei 242,13. Und der Hebel auch hier um die 3. Ja, bleibt mir nur, Ihnen einen guten Wochenstart zu wünschen. Es geht ja wirklich rund in dieser Woche. Morgen die Wahl in den USA. Dann haben wir noch den FED-Leitzinsentscheid. Also da müssen Sie sich natürlich auf hohe Volatilität einstellen. Da kann man auch mal Put-Derivate vielleicht zur Absicherung nutzen, wer das machen möchte. Und nächste Woche sind wir dann schlauer, wie das Ganze ausgegangen ist. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche. Bis kommenden Montag. Tschüss. Es gehen Sie mal. Tschüss. Alle in dem fünf. Israel sind ein Schwelle von Schwerg二. Aus DC Euro.